Und damit ein herzliches Willkommen meine Lieben zu den schönsten und seltensten Jägerpads. In diesem Video werde ich euch die Familien von Basilisken, Crocolisken, Raptoren und Teufelssaurier zeigen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.